In Panama sind nicht nur das Klima und die Umwelt und so vieles andere das Essen, was weiß ich anders, sondern auch die Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke. Anna hat nämlich jetzt endlich ihr Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk erhalten und das ist vielleicht mal der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, was man sich eigentlich schenkt, wenn man in Mittelamerika wohnt. Und gleichzeitig kann ich mal auf die Frage eingehen, die immer wieder mal in den Kommentaren gestellt wurde, wie das eigentlich so ist, ob das nicht gefährlich ist, wenn man im Haus mit jemandem wohnt, der eine Schusswaffe hat. Aber darüber sprechen wir in diesem Vlog, von daher herzlich willkommen. Die große Frage ist, wenn immer ich erzähle, dass ich Schusswaffen habe, dass Anna, meine Freundin, damit konfrontiert wird, wie es denn ist, ob das nicht gefährlich für sie ist, wenn ich Schusswaffen habe. Und klar, wenn man mit Schusswaffen nichts zu tun hat, dann ist das durchaus furchteinflößend. Zum einen ist es eigentlich so, dass sie den Zugang hat zu meinem Safe. Sie weiß, wie sie reinkommt, also hat sie selber auch Zugriff dazu. Und zum anderen ist es so, dass das Gesetz in Panama allen Ernstes explizit erlaubt, dass temporäre und permanente Bewohner meines Hauses meine Schusswaffen zur Selbstverteidigung benutzen dürfen. Das heißt also, wenn hier irgendwie ein brandgefährlicher Mob herumläuft, dann darf ich theoretisch Anna völlig legal eine geladene Waffe in die Hand drücken. Sie darf auch eine geladene Waffe neben dem Bett stehen haben und die benutzen im Falle eines Einbrechers oder ähnliches. Aber die Frage, ob das denn gefährlich ist, ob es gefährlich ist, die Waffe, wenn jemand eine Schusswaffe hat, die im Haus, die werde ich mir bald stellen müssen, denn Anna hat ihr Weihnachtsgeschenk bekommen. Anna kommt aus einer Familie mit Polizisten und daher waren Schusswaffen für sie nichts Ungewöhnliches. Und gleichzeitig kommt sie aus Brasilien und dabei ist es für sie so, dass die Kriminalität sehr hoch ist und sie oft schon das Opfer von krimineller Aktivität geworden ist. Und die Vorstellung, dass sie in einem Land wohnt, in dem sie sich selbst verteidigen darf, wenn dies nötig ist, hat ihr sehr gefallen. Und da ich persönlich der Frau vertraue, war es für mich kein Problem, dafür zu sorgen, dass sie sich künftig auch selbst verteidigen kann. Da sie, wie ich gesagt habe, eben meine Waffen benutzen darf, habe ich sie natürlich mit auf die Schießbahn genommen und da hat sie sich als überraschend talentiert erwiesen beim Schießen. Ich glaube, wenn die eine Weile regelmäßig trainiert, wird sie sehr schnell besser schießen können als ich. Und das hat ihr Interesse geweckt. Sie wollte selber mit dem Schießen anfangen und daher hat sie sich zu Weihnachten und zu Geburtstag eine Tragewaffe gewünscht und ein 22er Gewehr und da haben wir eine Smith & Wesson 1522, also ein 22er Gewehr und eine Mossberg MC2SC. Das ist ihre Tragewaffe, die sozusagen kleinere Version meiner aktuellen Tragewaffe, hat sie daher zu Weihnachten bekommen. Sie selber hat sich, wenn man so will, mit gleicher Münze revanchiert, denn ich weiß, das kommt nicht bei jedem meiner Zuschauer gut an, aber ich gehe ja transparent damit um, dass mein spannendstes, mein für mich interessantes Hobby sind Schusswaffen. Deswegen ist mit einer der Gründe, weshalb ich mir das Land ausgesucht habe. Ich schieße einfach sehr gerne und entsprechend hat sie mich mit einigen Sachen bedacht, die sie mir geschenkt hat. Da haben wir hier zum einen Guns make me happy, you not so much. Ein Kaffee, eine Kaffeetasse. Dann eine weitere Kaffeetasse. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. I enjoy long romantic walks to the gun shop. Das ist von ihr. Dann gab es ein T-Shirt. Gun Control, buying one, when you really want to buy two, three, four or five. Aber damit noch nicht alles. Sie hat den Verkäufer sehr überrascht, wie großzügig sie war, als es um mein Weihnachtsgeschenk ging. Sie hat noch ein von Maxim Defense, eine Schulterstütze, eine sehr kompakte für AR-Systeme. Maxim SCW Stock hat sie mir geschenkt. Und von Magpul eine 60er Trommel 556. Das waren meine Weihnachtsgeschenke. Ihr Weihnachtsgeschenk hat sie gerade präsentiert. Und wir werden entsprechend, werde ich nun herausfinden müssen, wie es wohl ist, wenn ich mit jemandem im Haus wohne, der eine eigene Schusswaffe besitzt. Ich vermute mal, es wird unproblematisch sein. Denn selbstverständlich ist sie sich, sind wir uns beide der Verantwortung voll bewusst und gehen entsprechend alles im Detail durch, damit eben das, was man dann aus irgendwelchen Nachrichtenmeldungen hört, bei uns nicht passieren wird, dass irgendjemand in Panik durch die Schlafzimmertür schießt und damit den Partner erschießt, der betrunken von einer Partizit nach Hause kommt. So was ist natürlich eine echte Gefahr in dem Moment, wo Schusswaffen in einem Haus auftauchen, dass wegen Dummheit so etwas passiert. Aber das ist es genau das. Das Dummheit. Und auf die kann man reagieren, indem man vorher einstudiert und immer wieder übt, wie man damit umgehen kann. Sichere Waffenhandhabung. Und eben klar sicherstellt, dass kein Unglück damit passiert. Aber das war es schon wieder für heute mit dem heutigen Vlog. Wir können weitere in der Zukunft erwarten. Ich war jetzt hier zum Beispiel auf einem Gringo-Markt, wird der so genannt, wo auch viele Ausländer Sachen verkaufen, wo man mal durchschauen kann, was vielleicht mal ein nettes Detail ist. Und wir reden natürlich auch über andere Dinge aus dem Leben eines YouTubers und dem Leben in Panama. Aber ich glaube, das hier zumindest waren schon mal Geschenke, die etwas ungewöhnlich sind. Denn Anna hat natürlich nicht nur diese Waffen erhalten, sondern damit auch den Waffenschein, also das Äquivalent zum deutschen Waffenschein. Sie darf ab sofort verdeckt Schusswaffe außerhalb des eigenen Hauses tragen. Und das will sie auch. Also sicherlich ein etwas anderes Leben. Und von daher, wenn Sie daran Interesse haben, mehr darüber zu erfahren, dann möchte ich Sie natürlich einladen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken und schreiben Sie Fragen, Ihre Fragen, Ihre Themenvorschläge in den Kommentarbereich. Auf dem Kanal hier geht es über das Leben als YouTuber in Panama. Das sind zwei etwas ungewöhnliche Sachen. Einerseits der Job, andererseits der Aufenthaltsort. Und das werden wir hier künftig thematisieren. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über den Namen hoch und weise an der Stelle gerne auch nochmal auf meine anderen YouTube-Kanäle wie auch den Twitch-Kanal hin, den Sie in der Beschreibung finden. Aber das war es soweit von meiner Seite. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.